ok dann schauen wir noch mal wo war das jetzt hier notre dame wo kann man den dann den hinstellen das hat nirgends platz ok dann müssen wir mit ihnen noch warten nam de moon was ist denn das ist eines der acht ohr in der festungsmauer und soel südkorea erholung 6 million danischer garten ja dann würde ich mir einreden lassen wohin am besten hier ja jetzt müssen wir wieder geld sparen so hier park park parks passt alles würde hier tatsächlich dann Dann Um... Ah, warte mal. Die hier sind hässlich. Die gehen bis hier hin. Und dann gehen die unten. Okay, warte, warte, warte. Wir nehmen die hier eines runter. Und knipseln den. Überlappend. Dann muss ich die wahrscheinlich zuerst alle wegmachen, gell? Da geht's noch weiter. Okay, hier. Nach... Da. Warum überlappendes Objekt? Was? Okay, dann machen wir so und so. Dann passt das. Einmal ein bisschen mehr Platz. Wenn die hässlich. Wenn ich das so sagen darf. Okay. Hier zieh mal eine... Straße. Ins Unterirdische. Oder auch nicht. Das war das. Manải muss man auf. Untertitelung des ZDF, 2020 So, das muss aber jetzt neu gemacht werden. So. Also, ähm. Hier, weil das passt so. Okay, warte mal. Wir können hier Straßen, große Straßen freischalten. Anschlussstellen freischalten. Tiefgarage freischalten. So. Dann. Solar. Freischalten. Freischalten. War da noch ganz kurz. Straßenbahn, U-Bahn. Und jetzt haben wir nur noch drei. Es gibt aber jetzt keine Kreuzungen oder so, oder? Straßen haben wir schon fast alles. Drei. Haben wir noch. Kriegen wir irgendwas noch mit? Mit drei. Vier. So. Ja. Da haben wir es jetzt. So. Okay. Okay. Wie sieht das? Genau aus. Warte mal. Okay. Sprich. Ich hau das jetzt weg. Wir machen Pause. Wir hauen das jetzt komplett weg. Was auch immer das hätte sein sollen. Wir klatschen es weg. Okay. Da muss ich dann noch schauen. Weil da ist ja trotz all dem. Okay. Müssen wir schauen. Müssen wir schauen. So. Das ist ein Konstrukt von mir. Das kommt noch weg. Das war vielleicht nicht so klug. Okay. Pass auf. Ähm. and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. What kind of future does the music have if it doesn't look to us fast? Well, I say the question speaks for itself. Here on Second Moon, we know you can't move forward unless you keep both eyes steadily trained on what's behind you. Industry and the region is on the rise and when business is doing well that floats our boat. Es gibt keine Sinken, Glenda. Und auf unsere Hauptsache Geschichte. Der Commercihalte ist großartig. Als die Stadt betrifft mehr hochwertige Stores. Er bringt die latest in Luxury zu unserer Umgebung. Du kannst jetzt kaufen für Designers' Shoes, während du ein Fancy-Local Jarva-Matte. Oder so meine Frau sagt mir. Das ist gut für Business. Und gut für die Gemeinschaft. Danke, Jim. Wir werden zurück nach dem. Au, das geht da nicht. Warte, dann müssen wir da... Okay, mit dem funktioniert das mal nicht. Mit dem funktioniert es mal nicht. Was? 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 War es richtig. Hallo hayon? Hast du coal? Das ist ja alles besser. Tschüss. Okay, warte, warte, warte. Ich glaube nämlich, dass das jetzt nicht so ganz fassen wird. Achso, das ist jetzt zwei, ja. Oh, die muss ich umkehren, warte. So. Das sieht jetzt bescheuert aus. So, warte. Dann haben wir das. Ähm, ein Rasten. So. Wäre mal das. Jetzt schauen wir uns das Ganze noch an. Ähm. 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 So was wird? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. und hier das ist eine normale straße das so funktioniert wäre das ja schon mal nicht schlecht es ist überall Stau okay warte ich mache hier Alter was ist hier los hä was ist das so was haben wir hier da hat's gecrashed na toll das müssen wir alles überdenken das ist hier und hier staut sich auch alles aber wo wollen die dann hin okay jetzt geht wieder was voran okay okay Oder ist es, weil es gerade 20 Uhr ist? Das Gefühl löst sich hier halt gar nichts auf. Das Gefühl löst sich hier halt gar nichts auf. Aber wieso nehmen die diese Strasse? Kann ich die umändern auf eine normale? Nee. Nee. Okay, das müssen wir dann beim Tag machen. Ich würde aber erst mal sagen, ich bin schon wieder zu spät dran mit alles veröffentlichen. Egal. Ich sage erst mal Danke machen, Bäuschen. Und ja, wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich morgen wieder. Dankeschön. Gute Nacht. Äh, oder schönen Tag, keine Ahnung. Und bis dann.